Hallo liebe Freunde, hier ist Andreas Fallbracht von prachtvoll.de. Heute mache ich mal etwas Besonderes. Es gibt ja in Hamburg im Moment wenig Möglichkeiten, die schöne Stadt zu besuchen. Alles ist eingeschränkt, der Tourismus ist gleich null. Und deshalb dachte ich, ich mache mal eine kleine Hafenrundfahrt mit ein paar Erläuterungen. Nur für Sie, die vielleicht Lust haben nach Hamburg zu kommen und leider nicht können. Oder für die Leute, die noch nie in Hamburg waren. Ich erzähle zu allen ein bisschen was, hat hauptsächlich was mit Wasser zu tun. Genau, wir fangen in Finkenwerder an. Ich habe keine Karten dazu. Insofern sage ich immer die Punkte, die Sie ganz einfach in Google Maps wiederfinden. Dann wissen Sie auch, wo ich bin. Ich bin momentan im Rüschkanal, Finkenwerder. Diese Mauer, die Sie hier sehen, das ist auf der anderen Seite die Start- und Landebahn von Airbus. Bei den Finkenwerder natürlich Airbus existiert als größte Firma oder einer der größten Firmen sogar in Hamburg. Und hier die Flugzeuge gebaut, hauptsächlich A320, diesen Neo und Teile auch vom 350. Und natürlich den 380, aber den glaube ich nicht mehr so toll. Was Sie aber auch noch sehen hier, was interessant ist, ist geradeaus vor mir diese Betonklötze. Das ist einer von zwei U-Boot-Bunkern, die in Hamburg nicht mehr existieren. Und dieser Bunker, dieser U-Boot-Bunker gehört zur Deutschen Werft, die auch natürlich nicht mehr da ist, sondern hier wurden die U-Boote zusammengebaut und ausgerüstet. Wenn ich manchmal dummes Zeug erzähle, dann erzähle ich das alles nach meinem besten Wissen und Gewissen. In Wikipedia steht das sicherlich alles nochmal viel ausführlicher und exakter drin. Genau, was wir im Hintergrund sehen, das Hochhaus gehört nämlich, das ist das alte Verwaltungsgebäude der Werft, die hier früher stand. Und die war natürlich in Rüstungsprojekte involviert und hat bis, ich glaube, bis Mitte der 70er Jahre hier noch Schiffe gebaut. Ja, hier sehen wir also diese dicken Mauern, auch teilweise noch Stahlverschalungen. Und der Bunker wurde, oder die Bunkeranlage, wurde gesprengt, ich glaube von den Engländern, ich weiß es nicht genau. Hier kann man so reingucken, hier kann man noch so ein bisschen mitkriegen, was das für Ausmaße hatte. Und in jeden Bunker passte natürlich mehr als ein U-Boot rein. Und hier im ersten Schacht sozusagen sehen wir auch noch die Decke, die dann runtergekommen ist. Wie breit die ist oder wie dick die ist, das ist schon der Hammer. So, wir fahren jetzt von dem Rüschkanal auf die Elbe hinaus. Und fahren dann, wir haben auflaufendes Wasser, das heißt Flut, und fahren dann gemütlich in den Elbstrom in Richtung Osten, das heißt also aufwärts. Hier in diesem Bereich ist die Elbe ja ein Gezeitengewässer, das heißt es geht Elbe um Flut mit so einem Unterschied von 3,80 Meter. Momentan können wir es auch schön an den Bunkeranlagen hier sehen, dass die Anlage ziemlich unter Wasser steht. Wir sind glaube ich so auf dem halben Wege zum Hochwasser. Wir sehen auch, dass hier die ganzen Anlagen leer sind. Normalerweise wäre hier ein reges Treiben. Die Boote kämen wieder ins Wasser rein. Aber das ist momentan alles gestoppt, wegen dieses Corona-Viruses. Gegenüber auf der anderen Straßenseite, hätte ich beinahe gesagt, sehen wir Teufelsbrück und die Elbschosssee. Und sogar das, kann man es nicht, vielleicht kann man es erkennen, ich probiere mal, ich muss auch noch ein bisschen lernen hier, sehen wir ein rotes Gebäude, genau in der Bildmitte jetzt. Das ist der Internationale Seegerichtshof. Das heißt, wenn es etwas zu streiten gibt, was auf offener See passiert ist, wird das vor diesem Weltgericht für die See verhandelt. Und der, das ist eine der höchsten, also die höchste Instanz dieser Art. Genau, hier sehen wir dann dieses verrückte Schild. Achtung, Wirbelschleppen, weil hier nämlich direkt über dem Wasser die Flugzeuge starten und landen. Jetzt können wir schön hier die Mauer sehen. Direkt dahinter ist die Start- und Landebahn. Und ich glaube, dass im Moment kein Flugzeug kommt. Ich glaube, dass Airbus auch mit der Produktion runtergefahren ist derzeit. Es ist alles ein bisschen verrückt. Aber hinten im Hintergrund sehen wir auf jeden Fall Blankenese. Jetzt, also wir gucken jetzt in Richtung Westen. Und sehen da dieses wunderschöne Örtchen, der Hamburger Stadtteil im Westen von Blankenese. Kann man immer gut erkennen an den zwei Leuchttürmen, vielleicht kann man es erkennen, das Oberfeuer und das Unterfeuer. Davon gibt es ja viele an der Elbe. Wenn man navigieren will, dann muss man zusehen, dass man beide Feuer, also im unteren Turm, direkt in der Linie hat vom oberen Turm. Dann ist man richtig auf dem Fahrwasser. Hier sehen wir jetzt gleich die Finkenwerder Pfähle, jetzt im Bildmittelpunkt. Und das ist ganz interessant, das ist ein Parkplatz quasi für Schiffe, die warten müssen. Jetzt könnte ich ein bisschen zum Thema Elbvertiefung erzählen. Es gibt hier so eine Regel, dass hier auf dem Gewässer dürfen sich keine Schiffe begegnen, die zusammen in der Breite mehr als 90 Meter breit sind. Weil dann würde das Fahrwasser nicht ausreichen. Insofern, wenn da ein Schiff kommt, dann das andere Schiff ist zu breit, was nach raus will auf die Nordsee. Das kann dann unter Umständen an die Finkenwerder Pfähle gehen, um mal kurz zwei Stunden abzuwarten. Dann braucht man nicht im Fahrwasser da wild rum zu dämpeln. Das sich jetzt aber entschärft durch die Elbvertiefung, wurde hinten eine Ausweichbox gebaut, sozusagen. Ungefähr in der Richtung. Und da ist das Fahrwasser verbreitert worden, sodass sich also breite Schiffe da begegnen können. Und links hier die Fabrikationshallen, die gehören alle zu Airbus. Jetzt sind wir vor dem sogenannten Stehendie-Kanal. Das ist nach dem Rüsch-Kanal der zweite Einschnitt, quasi nach Süden, vom Elbverlauf. Und das ist ein Ausrüstungskanal oder ein Ausrüstungsgewässer oder ein Ausrüstungshafen gewesen. Rechts die Mauer, die wir da sehen, die Kaimauer. Da kann man nicht mehr ran, weil die Eiler einsturzgefährdet ist. Da haben früher die Schiffe dran gelegen und wurden dann mit Maschinen und mit Ausrüstung quasi, also da wurde der schwimmende Schiffskörper hingelegt. Und dann mit Kränen wurde dann das Schiff weiter ausgerüstet. Heute ist der Stehendieck-Kanal ein Hafen für kleinere Gewerbeschiffe, wie zum Beispiel der Baggeracke, den wir hier gerade aussehen, links. Wollt ihr mich noch ein bisschen hoch machen? Und hinten vorn sind unterschiedliche Rundfahrerschiffe. Die liegen da jetzt alle, weil sie in Hamburg nicht fahren dürfen. Verrückte Welt. Und rechts in der Mitte sehen wir die gelb-roten Tonnen. Das sind Sperrtonnen, das heißt, ich dürfte jetzt nicht hier Steuerbord an die Kaimauer fahren, weil das erst mal untief ist und zweitens ist es dort auch Einsturzgefahr. Und Stehendieck, wenn man ein bisschen platt, also das habe ich auch alles gelernt. Ich wohne jetzt ja in Füngenwerder seit einiger Zeit. Das heißt einfach nichts anderes als Stein, Deich. Stehen, Stein, Diek, Deich. Ja, und geradeaus ist der Gorch-Fockpark. Warte, ich mache mal wieder weiter hier. Zack, der Gorch-Fockpark. Gorch-Fock ist ja der Sohn Finkenwerders, der norddeutsche Dichter. Und der ist natürlich auch sehr bekannt. Und hier rechts ist übrigens Finkenwerders Forschungsgebiet. Das hat hier alles was mit dem Thema Luftfahrt zu tun. Hier sind viele Zulieferer, aber auch Forschungseinrichtungen, die für Airbus oder im Rahmen Luftfahrt forschen. Und da ist immer ganz schön was los. Im Moment leider nicht. Geradeaus sehen wir, ich gehe mal wieder in den Zoom-Modus. Falsch. Geradeaus sehen wir dann im Hintergrund die Brücken von, oder die Gentrys von Burkhard Kai und Eurogate. Und dieses Gebäude mit dem Turm, das ist die Lotsenstation. Schissverkehr ist eigentlich relativ normal. Hier sehen wir jetzt einen kleinen Produktetanker, der Brahms. Ich schätze ihn mal so auf 90 Meter Länge, vielleicht 100 Meter Länge. Die sind relativ klein, haben aber ganz viele Tanks und haben immer fiese Sachen an Bord. Mit Chemikalien, viel Treibstoff, Benzin und so weiter. Das heißt, die haben kein Öl, also Rohöl an Bord, sondern die Produkte sozusagen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung für Finkenwerder machen. Das ist wirklich ein hübsches Örtchen. Da fährt die Linie 62 her. Wenn sie schon mal in Hamburg waren und mit der Fähre gefahren sind, sind sie sicherlich auch schon mal in Finkenwerder gewesen, aber wahrscheinlich nicht ausgestiegen. Nächstes Mal steigen sie einfach mal aus. Hier zum Beispiel der Elbblick, ein sehr nettes Ausflugslokal, direkt am Wasser mit einem fantastischen Blick auf die Elbe. Und dann das Hotel am Elbufer, können wir auch sehr schön übernachten. Und dann hier eine interessante Sache, Sie kennen das von der Autobahn her, die Autobahnmeisterei, die kümmert sich hauptsächlich um, wenn man ein bisschen rechts und links guckt, kümmert sich um die Straße und hier die Starkmeisterei, kümmert sich um die Elbe und ihre Verkehrszeichen. Um Dinge, die im Wasser schwimmen und da nicht hingehören, etc. Dann zwei Schlepper, die, weiß ich nicht genau, was die hier wollen. Buxier 18 ist gerade angelegt. Dahinter die Schlepperbrücke, die Schlepperbrücke, die Landungsbrücke. Nicht zu verwechseln mit den Landungsbrücken in Hamburg, in der Stadt. Das ist auch eine Landungsbrücke, weil man da halt an Land geht oder anlandet. Deshalb heißt es Landungsbrücke. Und da fährt auch die 62 ab. Ganz schick. Dann geht es weiter hier geradeaus in den Köflit, so heißt das hier. Und dahinter, quasi hinter der Fähre, da wohne ich. Und das ist sehr schön, weil ich gucke direkt aufs Wasser, sehe immer schöne Schiffchen. Ja, und hier sehen wir dann den Hamburger Yachtclub. Das ist ein wunderschönes Haus, direkt am Wasser. Das beherbergte damals bis 1962 das Vereinshaus für den Yachthafen, der damals nicht in Wedel war, sondern hier. Und als dann der Hafen erweitert wurde mit dem Petroleumhafen, musste der Yachthafen nach Wedel weichen. Aber das Clubhaus blieb stehen und ist heute eine ganz tolle Eventlocation. Wenn man heiraten will oder feiern will, ist es einfach eine tolle Sache, dann da am Wasser zu stehen und schön den Gin Tonic in sich reinzuschlürfen. Und das sieht heute alles anders aus, aber der Yachthafen ist da geblieben. Und da darf ich zum Beispiel nicht reinfahren, da steht dann nämlich Tankschiffhafen. Und überall da, wo Tankschiffhafen steht, dürfen nur Schiffe rein oder Boote, die einen explosionsgeschützten Motor haben. Okay, einmal rumgucken. Wir gucken jetzt quasi aus dem Kölfleet auf die Lotsenstation und auf den Fieder Fenja. Der ist fertig und geht jetzt wahrscheinlich durch den Kielkanal Richtung Skandinavien. So, hier sind wir jetzt an der Lotsenstation vorbeigefahren und passieren die Hardack, also die Fährstatt, Fernleger Hubendai Ufer. Da kann man auch aussteigen und ein bisschen spazieren gehen und sich die Lotsenstation anschauen. Das ist eine tolle Sache. Ja, und jetzt geht es weiter in, also elbaufwärts in Richtung Parkhafen. So, wir drehen jetzt mal rüber nach Osten. Das ist also, wo wir jetzt drauf gucken, ist die Nordseite des Elbufers. Genauer gesagt hier der Teil Teufelsbrück mit dem Anleger Teufelsbrück. Und das Glashäuschen, was man da sieht, das ist nämlich das Café Engel. Ein sehr schönes Ausflugslogal, wo man auch heiraten kann etc. Und da ist es ja schon vorgekommen, dass da mehrere Unfälle passiert sind mit Schiffen. Einmal ist so ein Schiff reingedonnert. Das war schon sehr lange her und neulich fast, vor einem Jahr, ist dort ein Schiff aus dem Kurs gelaufen. Und hat eine Fähre, die Fähre Finkenwerder, zwischen dem Anleger und dem Schiffsrumpf richtig regelrecht zerdrückt. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen, außer das Schiff ist ganz schön kaputt gewesen. Ja, und jetzt der Blick elbaufwärts Richtung Hamburg. Das ist das, was die Seeleute sehen, wenn sie hier hochfahren. Ja, links, da kommen wir natürlich gleich noch hin. Und auf jeden Fall rechts, man kann schon die Containerkräne sehen. Geradeaus Adabasca-Kai rechts, Burchardt-Kai und Eurogate. Und da fährt gerade ein Schlepper vor der Lotsenstation her. Aber das gucken wir uns gleich genauer an. Und noch weiter rechts hier wieder das Hochhaus von der Deutschen Werft. Das heißt, hier dieses Gebiet, was wir da sehen, das war alles früher Werft hier. Und auch da sind noch die Betonanleger, die kann man sehr schön erkennen. Und da waren die Anleger in den Elbstrom rein, wo dann die Schiffe ausgerüstet wurden. Und das Hohe Haus ist die alte Hauptverwaltung. Da überlegt man, ob man das abreißt, glaube ich. Und rechts daneben ist das Hotel Relano. Das ist hauptsächlich für, natürlich auch für Gäste Hamburgs, aber viel für Airbus-Besucher. So, wir sind jetzt hier an der Elbquatsch, an der Lotsenstation. Und dahinter, hinter den Dalben hier, ich fahre mal ein Stück nach vorn, da sieht man dann die Lotsenversetzboote. Deren Job ist es, für die Schiffe, die reinkommen, den Elblotsen, der also die Elbe gelotst hat, abzuholen und den Hafenlotsen zum Schiff zu bringen. Weil das macht nicht derselbe Lotsen, sondern die tauschen dann. Und dann fährt der Hafenlotse, fährt das Anlegemanöver im Hafen. Und der Elblotse fährt dann mit dem nächsten Schiff wieder Richtung Brunsbüttel. Hier ist die Lotsenstation, da kann man auch schlafen. Und rechts daneben, da ist die Koordinationszentrale für das ganze Geschehen auf der Elbe und im Hafen. Hauptsächlich im Hafen. Wenn man von der anderen Seite guckt, da kann man reingucken. Das ist quasi so eine Verkehrsleitzentrale. Hier oben kann man die Zahlen E36 sehen. E steht für Ebbe, wenn Flut ist, steht da Flut. Ich hatte gerade gesagt, dass Flut sei, es ist aber Ebbe. Und das ist halt die Lotsenstation und die zeigt den Lotsen oder der Schifffahrt an, wie gerade die gezeigt ist. Das heißt also Ebbe und der tatsächliche Wasserstand ist 36 Dezimeter über Sollkarten SKN. Und das bedeutet also, wir haben noch relativ hohes Wasser. Der geht bis 4,20 Meter hoch und dann wieder runter. Da liegt so ein Lotsenboot, das sind quasi so Taxis, die sind recht schnell. Und hier ist natürlich keine besondere Anforderung an den Seegang und so. Manchmal natürlich schon. Aber draußen auf der Ostsee ist das schon ein anderer Schnack. Da sind die Lotsenboote, die müssen ja bei jedem Wetter raus. Da sind das richtig, hätte beinahe gesagt, geländegängige Fahrzeuge. Da geht das schon richtig gut ab. Und hier ist die nautische Zentrale. Wo jetzt von der anderen Seite, da ist so ein großer Bildschirm, der zeigt den Hamburger Hafen. Von da aus wird genau organisiert, wer wann fahren kann. Und natürlich auch bei Wind zum Beispiel, dass da der Hafen für große Schiffe gesperrt wird. Weil wenn du starken Wind hast, dann kann das sein, dass die großen Schiffe auf den engen Räumen nicht mehr sauber navigieren können. Beziehungsweise manövrieren können. Und dann, ich glaube so ab sieben Windstärken, darf man da nicht mehr losfahren. So, wir fahren jetzt mal ein bisschen weiter die Elbe hinauf. So, wir werfen mal einen Blick rüber. Das ist jetzt hier sechsfach vergrößert, das wollte ich gar nicht. So, zweifach reicht. Wir gucken mal rüber auf die andere Elbseite. Das ist jetzt wieder das Nordufer. Da sehen wir, vielleicht seht ihr das. Vielleicht kann man es erkennen, meine ich. Da, dieser Stein, genau in der Bildmitte jetzt. Das ist der alte Schwede. Ein Findling, den haben sie hier beim Bagger gefunden. Und der wird immer voll gemalt, ganz schlimm. Und ansonsten ist das die Elbpromenade. Die geht von hinten von Teufelsbrück, ungefähr da, wo wir gerade waren. Kann man sehr schön zu Fuß quasi hier am Elbstrand laufen. Hier Övelgönne. Die Fahrradfahrer müssen hier absteigen bis zum Kühlhaus. Das ist das Haus mit der runden Kuppel. Da sind wir auch gleich noch näher dran. Und das ist dann schon der Museumshafen Övelgönne. Und das Kühlhaus ist jetzt ein Seniorenheim, ein wunderschönes Seniorenheim. Ganz schön zugig, weil eigentlich ist immer Wind hier und immer aus irgendeiner Richtung. Das heißt, immer eine Seite kann das Fenster eigentlich dann nicht aufmachen. Aber er hat oben eine ganz tolle Terrasse. So, geradeaus die Stadt, die City. Man kann vielleicht auch die Elbphilharmonie erkennen. Und hier geradeaus der Kai heißt Adabasca Kai. Und hier das Löchlein, was hier so klein aussieht, das ist eigentlich die Haupteinfahrt zum Durchhalt Kai und zum Eurogate. So, und wenn wir jetzt über Schiffslängen sprechen, immer jedes Schiff, was hier in Hamburger Hafen reinfährt, muss irgendwann mal drehen. Weil sonst würde es Richtung Stuttgart fahren. Das geht nicht. Und diese Drehung, die ist kritisch, weil je länger das Schiff ist, desto mehr Platz braucht es zum Drehen. Und wenn wir jetzt gleich hier reingucken, in den sogenannten Parkhafen, so heißt das hier, findet ihr bei Google Maps auch sofort. Der Parkhafen hat einen sogenannten Wendekreis. Und der Wendekreis ist so groß, dass Schiffe bis 350 Meter Länge dort drehen können. Weil man muss immer noch einen Schlepper vorne und einen Schlepper hinten rechnen. Das heißt, die kommen noch als Länge dazu. Und wenn die schon an die Kaimauer kratzen, die Schlepper, dann hat man zu wenig Platz. Man sieht das jetzt, wie das so langsam hier offen ist. Hier das rote Gestell ist übrigens das sogenannte grüne Licht. In der Schifffahrt hier im Hamburger Hafen gibt es immer spezielle Namen von Positionen. Wenn man also an der Station ist, sagt man Station, wenn man an der Lotsenstation ist. Am grünen Licht ist hier die Einfahrt zum Parkhafen. Und Adda oder Adabaskakai ist da hinten. Kühlbrand ist dahinter. Und dann kommt Flugzeugbau, ist ganz hinten Airbus. Da sagt keine Airbus, die sagen alle Flugzeugbau. Und hinten sagt man ein gelbes Zelt zum Beispiel, statt König der Löwen. Also was ich sagen wollte, ist, dass hier in diesem Bereich, da ist halt, ach da kommt sogar einer raus. Guck, fährt da rein. Weiß ich gar nicht, ich muss ja mal gucken. Ist ein Drehkreis bis 350 Meter Länge. So, jetzt sind aber die neuen Schiffe sind alle 366 oder 400 Meter. Und die fahren dann folgendermaßen, die kommen also von hinter uns, fahren hier vorbei. An dem grünen Schiff geradeaus quasi. Und bleiben parallel zum Adabaskakreis stehen. Und dann werden die von den Schleppern rückwärts reingezogen. Das heißt, die fahren mit dem Heck zuerst in diesen Bereich hier rein. Und fahren dann rückwärts zum Liegeplatz. Jetzt sehe ich gerade, dass hier ein kleineres, beziehungsweise älteres Containerschiff. Sag ich jetzt mal, der hat die Brücke so weit vorne. Oder da frage ich mich, was der Schlepper da vorne dran will. Wilhelmine ist nämlich nicht gerade der stärkste. Wir fahren da mal hin. Wollte ich sowieso lang, weil wir fahren jetzt einmal hier durch den Waltershofer Hafen. Genau, also hier ist der Wendekreis. Und das erledigt also das Thema Drehen. Früher hat man gesagt, wir können in Hamburg nur so und so lange Schiffe vertragen. Aber das ist mittlerweile durch die anderen Verfahren, die jetzt eingeführt worden sind. Also hier dran vorbeifahren und dann rückwärts rein. Dann ist da schon wieder alles möglich. Genau, der legt hier an. Ja, jetzt fahren wir hier mit dem Bötchen in den Parkhafen rein, an dem grünen Licht vorbei. Und der Parkhafen ist quasi der Hafen, der vor dem Waltershofer Hafen ist. Und das ist eigentlich der größte Container-Umschlagsbereich mit den zwei Terminals. Brüchert-Kai auf der linken Seite und Eurogate auf der rechten Seite. Ist jetzt ein bisschen leer gerade, aber das kann sich immer jederzeit ändern. Das hängt natürlich ganz stark von den Gezeiten ab, weil die großen Schiffe einfach immer zwei Stunden vor gut kommen. Und dann plötzlich sieht der Hafen ganz anders aus. Genau, und wir sehen zwei Schiffe da drin. Da hinten ist die Globe, Ever Globe und ein altes Costco-Schiff. Da kommen wir gleich noch zu. So, jetzt erst mal zu der neuen Gendry hier. So einen großen Kran habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der genauso groß ist wie die Dinger, die am CTT stehen. Also am Container-Termin, ein toller Ort. Da gibt es nämlich fünf solche. Was hier auffällt, ist, dass der viel schlanker gebaut ist als die hier. Die haben diese Rahmenbauweise. Das sind die Chinesen, die bauen die Dinger. Und die sind recht, ja ich sag mal, ein bisschen plumpi-pumpi. Und wenn man den da gegenüber anguckt. Los, mach mal. Wie schlank hier die Gendry gebaut ist. Und wie lang der Ausleger ist. Das ist schon heftig. Und ist ein Liebherr-Kran. Ach, Liebherr, guck an. Wusste ich gar nicht. Weil eigentlich ist das alles in Hand der Chinesen, ZPMC. Die bauen fast alle Containerbrücken. So die auch hier. Die steht auch irgendwo dran. Und die kommen fertig montiert, kommen die hier an, die Gendrys, auf Schiffen. Auf Transportschiffen. So, jetzt gucken wir uns mal den Costco an. Das ist schon seltsam, dass da... Die Wilhelmine vorne dran ist. Das ist eigentlich... Eignet sich der Schlepper für Schiffe, na ich sag mal, bis 270 Meter. Und jetzt hat er so ein 366 Meter da dran. Und da gibt es keine Schlepper mehr. Hinten ist der Peter, der ist zwar stark genug. Es kann auch sein, dass das Schiff gar nicht mehr Costco ist. Sondern schon Hapag-Leut gehört. Weil der nämlich voll ist mit Hapag-Leut-Containern. Und das noch ein weiteres Mal. Ach hier, Wilhelmine hat ja schon die Leine gekriegt. Genau. Eigentlich müsste Wilhelmine jetzt zum Drücken kommen. Ich dann rückwärtsgang nicht rein. Ja, also das ist immer das gleiche Prozedere, wenn die reinfahren. Der vordere Schlepper wird dann abgemacht. Und der hintere Schlepper dient dazu, das Heck ranzuziehen an die Mauer. Und der vordere Schlepper, der freie Schlepper, der geht klar zum Drücken. Und ich vermute mal, dass das Schiff an den Brüchert-Kai geht. Also links an den Kai. Weil sonst würde Wilhelmine auf die andere Seite fahren. Insofern können wir uns hier auf dieser Seite mal ein bisschen aufhalten. Ein bisschen ranpirschen. Ich gehe mal ein bisschen. So. Der muss natürlich noch an dem anderen Riesen vorbei. Warum ich das gesagt habe, Wilhelmine passt da nicht dran. Weil jeder Schlepper hat eine Kraft oder eine Möglichkeit, Massen zu bewegen. Der eine Schlepper ist neuer und stärker. Der andere Schlepper ist eben älter. Und da es früher nicht so große Schiffe gab, kann man eben auch mit kleineren Schleppern zurecht. Die kleineren Schlepper haben aber heute immer noch ihre Daseinsberechtigung, weil natürlich nicht nur große Schiffe nach Hamburg kommen. Also wenn wir gerade an den Petroleum-Dampfer denken, der hatte, der hat ja nur 100 Meter gehabt. Also da wäre Wilhelmine ja schon fast überdimensioniert. Und gemessen wird das alles im Pfahlzug. Das heißt, wie viele Tonnen könnte man theoretisch mit dem Schlepper hochheben, wenn man jetzt über eine Rolle ziehen würde. Und die Wilhelmine, ich glaube, die liegt bei 25 Tonnen. Und dahinter ist der Peter. Das ist so ein typischer 70-Tonnen-Schlepper. Und die 70 Tonnen, die reichen eigentlich auch, um Schiffe dieser Größenordnung zu manövrieren. Und man kann natürlich auch mehr als einen Schlepper nehmen. Also wenn jetzt viel Wind ist und es kommt so ein Reinzieh-Manöver von der Elbe rein, dann sind da teilweise vier Schlepper plus Drückschlepper. Drückschlepper oder zwei Schlepper, also im größten Falle sechs Schlepper. Vier angebunden und zwei frei, die dann diese Riesendampfer durch die Gegend ziehen. Also, wir fahren auch noch mal ein bisschen näher ran. Wilhelmine ist klar zum Drücken sozusagen. Und das Schiff fährt jetzt mit ein bisschen, also natürlich hat er die Maschine leise mitlaufen. Aber auch zieht der Peter ein bisschen mit. Auf jeden Fall ist er da auf der sicheren Position. Falls es mal eine Böe gibt aus Süden, weil wir haben nämlich Südwest, dann würde dann diese Windböe, also ich sag mal so eine kleine Schauerböe, die wird schon reichen, das Schiff ganz schön nach Norden drücken, sprich in Richtung Everglobe. So, und dann würde der Lotse würde dann natürlich das vordere Bugstrahlruder hernehmen und den Bug von dem anderen Schiff abhalten. Und hinten würde Peter richtig einen Auftrag kriegen, mit voller Pulle quasi das Heck auch abzuhalten. Man muss aber immer aufpassen, das muss gleichzeitig passieren, weil wenn vorne der Bugstrahlruder zu schwach ist oder nicht richtig wirkt und der Peter zu stark zieht, dann dreht das Schiff und dann geht der Bug erst recht in Richtung Everglobe. Also Everglobe ist das 400-Meter-Schiff von Evergreen. Ich sehe gerade, hier ist ein Kratzbagger, der hat unten so einen Kamm und den kratzt er über die Erde, durch den Schlamm und dann wird der Schlamm aufgewühlt und wird von dem sich bewegenden Wasser durch Ever und Flut weggespült. Also man verteilt nur eigentlich den Schlamm in Schlick. Normalerweise müsste man baggern. Man kann hinten sehen, dass der zwei Drähte runter hat und da unten hängt so ein Kamm aus Stahl, kann man sich das vorstellen drin. Und dem muss man immer ausweichen. Der hat auch entsprechende Sehzeichen gesetzt, Ball, raute Ball. Da ist er manövrierbehindert sozusagen. So, wir gucken noch mal nach vorne. Die sind hier noch am Gange. Costco Shipping Danube. Muss ich nachher mal gucken, inwieweit das schon ein Containerschiff von Hapag-Leute ist. Ja, daneben, das kann man auch schön sehen. Eigentlich ist die Costco Danube, war das schon ein Riese mit wahrscheinlich 366 Meter. Und wenn man jetzt links daneben die Everglobe sieht, dann ist das noch mal ein anderer Schnack, weil die haben noch ein höheres Freibord. Das heißt, Freibord ist die Höhe der Seitenwand quasi, wo der Evergreen steht. Und ja, die sind teilweise auch breiter. Und die Evergreen da, also diese Everglobe, ich glaube, das ist schon ein älteres Schiff, also drei oder vier Jahre alt. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich habe ja mein iPhone hier in der Hand und kann da nicht recherchieren. Gut, das geht jetzt ein bisschen langsam hier von Gange. Wir zischen hier mal Steuerbord dran vorbei. So, die sind hier noch dabei, das Costco Shipping Danube nach Achtern zu zerren. Das geht ganz genötlich. Man kann vielleicht noch kurz erklären. Das Hafenbecken hört da hinten natürlich auf. Man sieht da die Kullbahnbrücke. Und da fahren wir auch gleich rechts unter der kleinen Brücke durch. Die Gentrys, so heißen die Containerbrücken hier, funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Man hat oben den Ausleger. An der Ausleger verfährt eine Katze. Ich weiß nicht, ob das Katze heißt. Auf jeden Fall, da ist der Spreader dran. Das ist das Aufnahmeteil für die Container. Und die kann man natürlich rauf und runter fahren, wie im Aufzug. Der Spreader wird auf die Containergröße eingestellt. Fährt dann, wird dann runtergelassen vom Brückenführer auf den Container. Dann wird er abgelegt. Und dann gehen automatisch die Bolzen in die Aufnahmen des Containers rein. Dann werden die Bolzen gedreht. Und dann haben sie vorm Schluss sozusagen. Und dann ist der Container fest verbunden mit dem Spreader. Und dann wird er vom Schiff heruntergeladen oder eben aufs Schiff aufgeladen. Und natürlich werden... Achso, und zwischen den Containern, da sind so Verdrehnüsse drin. Da sind Verbundstücke drin. Das ist ganz wichtig. Sie sind nicht nur aufeinander gestellt. Sondern das ist so ein Prinzip, das kann man schwer erklären. Das sind so Drehverschlüsse. Loks heißen die, glaube ich. Und die sorgen dafür, dass die Container zusammenkleben. Die muss man natürlich vorher drehen, wenn man den Container oben abheben will. Weil durch das Drehen werden die Loks gelöst. Aber man sieht vielleicht auch... Ich weiß nicht, wie gut die Auflösung ist. Ich mache mal auf 2. Man sieht vielleicht auch an den blauen Containern da, wo Evergreen draufsteht, dass da... Da ist ja dieses graue Gerüst. Und das graue Gerüst hält die Container noch zusätzlich fest. Die werden nämlich da mit sogenannten Laschstangen... Laschen heißt Container befestigen... ...dran gelascht. Und die halten dann diese Containertürme davon ab. Bei Seegang, besonders beim Rollen, das heißt, wenn das Schiff nach rechts und links schwenkt, das kann extrem sein, bis 40 Grad oder sogar noch mehr, je nachdem, wo die Welle herkommt, dann würden nämlich diese Türme einfach ins Wasser stürzen. Und diese Laschstangen verhindern das. Und wenn man nicht richtig lascht, dann kann es sein, dass tatsächlich bei Sturm dann Container verloren gehen und dann ist das Geschrei groß. So, wir sind wieder hier. Ich muss noch ein bisschen mit dem Zoom. Spielen hier. So, ich bin jetzt hier auch unter den Brücken von Eurogate. Weil hier liegt natürlich kein Schiff. Insofern sind die Brücken auch nicht im Betrieb. So, was passieren wird gleich? Wenn der Bug am Heck vorbei ist von der Everglobe, von dem grünen Schiff, dann benutzt der Lotse das Bugstrahlruder von dem Kosco, von dem grauen Schiff und drückt den Bug Richtung Wand, also Richtung Kaimauer. Und hinten drückt dann Wilhelmine, die legt sich dann, das kann man auch gleich mal hinfahren, dann sehen wir es besser, legt sich dann mit dem Heck an den Schiffsrumpf und fängt dann leise an zu drücken. Und der Lotse reguliert das dann. Und der Peter bleibt hinten angebunden. Das heißt, der Schlepper hinten, der Weiße mit dem gelben Schornstein, der bleibt hinten angebunden und passt auf, dass das Schiff nicht zu schnell an die Kaimauer gedrückt wird. Dann kann er nämlich abhalten. Das ist der, immer der Schlepper, der bereit ist abzuhalten. Also ich sehe, das sind alles Hapag-Leut-Container. Das Schiff ist ganz bestimmt für Hapag-Leut unterwegs und nicht für Kosco. So, jetzt hören wir schön das Gebullere der Maschine. Und wie man sieht, Peters Leine ist lose. Er macht nichts. Und Wilhelmine wartet. Das heißt also, der Lotse gibt jetzt dead slow zurück und fährt jetzt ganz langsam zurück und kann dann anhand der Meter-Markierungen an der Kaimauer sehen, wie weit er muss. Weil der Lotse, der guckt quasi runter von der Nock da oben, sieht man da oben diese weißen Ausleger, natürlich auf der anderen Seite dann. Mal ausgucken. Und da steht genau eine Meter-Markierung und dann muss man einfach eine leichte Subtraktion anwenden und dann, also der Terminal-Betreiber sagt dem Lotsen, dem Schiff, wo auf welchen Meter-Marke es genau parken muss, damit die ganze, damit die Kräne dran kommen und damit die Abstände stimmen zu den anderen Schiffen und so weiter. So, und dann ist es einfach so, dass der, im Dunkeln legen dann die Festmacherleute dann rotes Licht hin und dann weiß der Lotse Bescheid, wo er weiterfahren muss und bei Tag kann er natürlich das dann eben entsprechend sehen, weil das sind Zahlen, also Entfernungsmarkierungen auf der Kaimauer. So, jetzt geht es noch ein Stückchen weiter und nachher kriegt Wilhelmine die Order leicht zu drücken und man sieht vielleicht an dem Rumpf bei Cosmos Shipping, bei dem S, bei dem P, diese Pfeile nach unten und da steht immer Tug, T-U-G, das ist das englische Wort für Tuck oder Schlepper, da können die Schlepper drücken, weil dahinter ist nämlich entsprechend der Rumpf stark genug, weil so ein guter Schlepper mit viel Kraft, wenn der mal richtig drückt, dann sind das einige Tonnen und wir wollen ja nicht, dass dann der ganze Rumpf eingedrückt wird und dann, dass plötzlich das Heck irgendwo im Maschinenraum ist. Ja, wunderbar, das geht jetzt hier nochmal langsam vorbei. Man sieht vielleicht auch, dass er noch gemütlich seine Meter macht und der Lotse hat jetzt, also es sind zwei Lotse an Bord, ab einer gewissen Länge müssen immer zwei Lotse mitfahren, einer ist ein Fahrlotse und der andere, der passt immer auf und funkt mit dem Verkehr. Das heißt, die Kommandos gibt der Lotse und der Käpt'n kann nach seinem eigenen Ermessen natürlich jederzeit eingreifen. Das heißt, der Käpt'n ist auch dafür verantwortlich, was da passiert. Wenn der Käpt'n sagt, nein, das machen wir jetzt nicht oder wir fahren jetzt gleich nach Hause und wir legen gar nicht an in Hamburg, dann ist das Gesetz, weil der Käpt'n hat immer das letzte Wort und der Lotse hat immer die Rolle, der arbeitet für den Räder und hat die Rolle des Beraters und was der Käpt'n dann erlaubt dem Lotsen, das ist dann immer individuell der Fall. Aber da spricht sich immer natürlich der Lotse mit dem Käpt'n vorher ab und wenn der Lotse merkt, dass der Käpt'n lieber die Fäden in der Hand haben will, dann geht er automatisch in so eine Beraterfunktion rüber und allerdings, wenn da ein Bruch ist, ist auch der Käpt'n schuld. Und jetzt hören wir vorne schon so ein Rollern und Bollern, das ist das Bugstrahlruder. Die funktionieren meistens elektrisch und machen ziemlich viel Krach. Das ist einfach so ein waagerechter Tunnel vorne im Bug und da ist ein Propeller drin und der schiebt jetzt das Wasser nach links, nach Backbord. Das sieht man auch von hier aus, aber auf dem Video wahrscheinlich nicht. Und so wird der Bug langsam reingedrückt. So, jetzt sehen wir sehr schön, dass das Schiff schon fast an der Kaimauer ist und Wilhelmine fängt leicht an zu drücken. Man sieht das vorne an dem Wasser, was Wilhelmine vorne wegsprudelt. Und es ist auch so, dass kleinere Schlepper auch bei größeren Schiffen einen Effekt haben können. Allerdings brauchen die vielleicht ein bisschen länger, weil also man muss nur lang genug drücken, dann tut sich schon irgendwas. So, und Wilhelmine drückt jetzt das Schiff langsam ran. Dann gehen gleich die Leinen an Land. Hinten sind diese gelben, orangenen Sturzhelme, die man da sieht. Das sind die von der Station Achter, eine Station, die schmeißen gleich die erste Wurflein drüber. Da ist dann immer so eine Korkugel dran. Und dann, wenn man jetzt zu früh wirft, geht das Ding ins Wasser und man hat sich blamiert. Wenn man zu spät wirft, dann schimpft der Lotse, warum seid ihr doch nicht fest da hinten? So, aber das geht gleich los. So, ich glaube, wir fahren mal weiter. Viel tut sich jetzt hier nicht mehr, also kann sein, dass der Peter gleich mal kurz abhält, aber momentan tut er nichts. Wilhelmine macht ganz langsam ran. Wir haben wenig Wind, also eigentlich ein einfaches Manöver. Gut, wir sind jetzt am Ende des Waltershofershafen und die großen Schiffe kommen natürlich hier nur vorne wieder raus. Wir können hier und auch alle Schiffe, die ein bisschen flacher sind, hier jetzt rüber in den Rubenberger Hafen und Richtung, nicht Elbphilharmonie, sondern Richtung Kühlmannbrücke fahren. Und wir sehen hier auch diese schönen neuen Brücken. Das ist die Straßen- und Zugverbindung, die den Burchardt-Kai mit dem Rest der Welt anbindet. So, hier oben sind sie vielleicht schon mal drüber gefahren, das ist die A7, kurz vorm Hamburger Elbtunnel, von Süden aus gesehen. Das heißt also, zum Elbtunnel geht es da lang. Da verschwindet gleich die Autobahn im Elbtunnel und wir fahren jetzt mal ausnahmsweise mal unter der Autobahn her. Hier in den Rubenberger Hafen. Diese Hafenbecken haben heute eigentlich keine großartige Funktion mehr. Was wir jetzt vor uns haben, ist die neue Rubenberger Schleuse. Wir sind jetzt hier Kleinverkehr, also Seeschiff kommt natürlich nicht durch. Die Schleuse ist nur dafür da, damit die Gezeiten nicht durch den ganzen Hafen marschieren. Weil wenn man sich überlegt, dass in jedem Hafenbecken jetzt Strömung ist, ist einmal das Manövrieren blöd und das heißt, man muss immer gucken, dass die Schiffe nicht vertreiben, weil man will stehendes Wasser haben und das größere Problem ist die Verschlickung der Hafenbecken. Insofern haben wir hier, ist jetzt hier stehendes Wasser, insofern ist da auch der Eintrag von Schwebestoffen nicht so groß, als wenn es fließen würde. Und jetzt müssen wir nur warten, bis der Herr uns sieht, hier ist jetzt keiner, die sind alle physikalisch, ist es nur ein Herr oder eine Dame und die sitzen dann zentral in der Schaltstelle und bedienen die drei Stromschleusen von der Ferne aus. Da jetzt hier nicht so viel los ist, kann es auch mal sein, dass die nicht alle drei Minuten oder alle jede Minute auf den Bildschirm gucken. Man kann dann die über Funk anrufen, Kanal 13, und kann sie auch über Telefon anrufen. Aber wir gucken einfach mal, ob er uns sagt, jetzt geht es schon los. Hat er uns gesehen oder sie? Ich habe natürlich auch ein Funkgerät dabei, ich habe auch ein Sprechfunkzeugnis und hätte jetzt über Kanal 13 Ellerholz-Lok für Mutter da anrufen können. So, und jetzt ist das Wichtige, dass man hier reinfährt, nichts kaputt macht und typischerweise auf grün wartet. Oben rechts sehen wir zwei rote Ampeln. Da kann man sich merken, wenn die nebeneinander sind, dann ist das das Bett. Da liegt, jetzt ist es grün, da liegt der Schleusenwärter drin und schläft und man muss ihn nur anrufen, dann macht er auf. Wenn die aber übereinander sind, die roten Lichter, das heißt zwei Stück, dann ist das sich vorzustellen wie so ein erhobener Zeigefinger. So, hier kommst du nicht rein. Da darfst du nicht reinkommen. So, die sieht jetzt schon ziemlich schön aus, die Schleuse, weil die nämlich ganz neu ist hier. Die ist vor zwei Jahren gebaut worden oder drei. So, da vorne ist jetzt das nächste Schleusentor und wenn wir jetzt umdrehen, geht nachher, geht das Schleusentor zu. Aber wer schon mal eine Hafenrundfahrt gemacht hat, der kennt das natürlich. Das geht nachher zu. Das heißt, der guckt jetzt über die Kamera. Ist der, lieber Andreas, reingefahren? Ist er. Und dann drückt er auf den Knopf. Jetzt geht das hinten zu, damit das Wasser nicht fließen kann, weil vorne ist ja auch zu. Erst dann, wenn hinten zu ist, geht es vorne wieder auf. Das heißt, es geht nicht um Höhenunterschiede hier, sondern lediglich zur Verhinderung des Durchströmens. Jetzt warten wir mal kurz. Das ist spannend alles hier. So, wenn man da jetzt noch mit einem Bötchen drin ist, dann hat man schlechte Kahn. Bums, zu. Und vorne, fahren wir jetzt mal gemütlich hin. Das ist erst ein Gang reintun. Und wo kommen wir dann raus? Wenn wir jetzt hier in der Rugenberger Schleuse sind, wer Lust hat, kann ja gerne mal bei Google Maps nachschauen. Das Gewässer fängt mit K an und hört mit D wie Dora auf. So, aber es ist noch rot. Klar ist der Köhlbrand. Der Köhlbrand ist das letzte Stück Süderelbe, bevor es in die Norderelbe fließt und wieder die gemeinsame Elbe bildet. Jetzt haben wir Grün. Jetzt bedanken wir uns kurz. Einmal bewinken. Dankeschön. Und jetzt können wir gemütlich hier rausfahren. So, wenn man aus der Schleuse raus ist, kann man auch ein bisschen mehr Gas geben. Ja, das ist jetzt die Köhlbrandbrücke in ganzer Größe. Eine ganz wichtige Verkehrsverbindung zwischen dem östlichen und westlichen Hafenteil. Wir fahren also tagsüber und auch nachts unendlich viele Containerlaster rum, weil viele Container von einem Container-Terminal zum anderen verholt werden. Das heißt, die werden nur umgeschiftet. Und das machen so Container-Taxis. Jetzt muss ich mal wieder auf Normal drücken. Und leider, leider ist es auch so, dass hier viele Leute runterspringen und sich so das Leben nehmen. Die parken dann da oben am Fall ihr Auto, was streng verboten ist. Die treten auf die Brüstung und springen dann runter. Das ist ein sicherer Tod. Leider findet man die Leute dann erst spät wieder und ganz woanders, weil sie nicht einfach aufplatschen und an der Oberfläche bleiben, sondern die gehen gleich auf Grund und bleiben da unten erst mal. Naja, doofes Thema. So, zur Orientierung. Hier gucken wir jetzt in die Süderelbe-Rhein Richtung Harburg. Da hinten kann man das Container-Terminal Altenwerder erkennen. Mit dem Kraftwerk hinten, das Kraftwerk Moorburg. Hier die Ölmühle, ADM. Hier wird aus Korn alles Zeugs hergestellt, auch das blaue Schiff, was da ist. Das ist ein Massengutfrachter, der hat Korn gebracht. Das geht dann in die Speicher rein und von da aus wird dann alles Mögliche produziert. Hier weiter geht es gleich in die Stadt, da werden wir auch hinfahren. Und hier ist der Blick in Kölbrand runter. Wenn man jetzt hier langfahren würde, würde man zu diesem Rautenhaus kommen, was Sie vielleicht kennen. Und natürlich die Kläranlage. Ich gehe noch mal ein Zoomchen rein. Die Kläranlage. Das Rautenhaus. Und hier ist das Container-Terminal, toller Ort von hinten. Und das ist die Moschee, so nennen wir das immer. Das ist die Festmacher. Die haben sich dann oben so eine Kuppel drauf gebaut. Am oder im Kölbrand findet man dann den Hansaport. Der Hansaport ist der Schüttguthafen von Hamburg. Hier werden Großmassengutfrachter entladen. Die bringen, also wir importieren hier Kohle hauptsächlich und Eisenerz. Das heißt also hier, der Hansaport ist dafür spezialisiert. Er hat eine große Abladefläche, wo dann die Schüttgüter, also Eisenerz oder Kohle, vom Schiff entladen werden mit Schaufeln. Das sehen wir über die zwei Brücken dort, die Schaufeln, bringen dann das Material auf Förderbänder. Die Förderbänder zu diesen Abladebaggern, die wir da hinten sehen. Wir sehen hier rote Hügel und schwarze Hügel. Die schwarzen ist Kohle. Die roten sind eben Eisenerz. Genau, so ein typischer Massengutfrachter ist im Moment so um die 220, 230 Meter lang. Es gibt auch große, sehr große Massengutfrachter um die 300 Meter, 330 Meter. Das ist aber schon die Ausnahme. Und dieser AM Quebec, den wir da sehen, bringt Kohle. Und zwar hat der 230 Meter und ist 32 Meter breit. Wenn man das auf ein Containerschiff umschlagen würde, die Abmaße wäre das kein großes Containerschiff. Man muss aber sehen, dass hier rein auf Volumen gearbeitet wird. Das heißt, die Schiffe sind komplett anders von der Konzeption her. Es sind eher so schwimmende, große Badewannen. Und wir sehen dieses Schiff hier sehr abgeladen. Das heißt, das Schiff hat einen Tiefgang derzeit von 14,20 Meter. Und das ist schon fast an der Grenze vom Tiefgang, was man die Elbe überhaupt hochfahren kann. Der liegt so bei 15,70 Meter, glaube ich. Und wir haben diese beiden Brücken und die haben sehr große Schaufeln. Ich glaube, mit einer Schaufel kriegt man so um die 20 Tonnen da raus. Das heißt, eine ganze Lkw-Ladung ist dann in einer Schaufel drin. Und die Schaufeln werden dann entladen in so Trichter. Die Trichter führen wiederum das Material auf die Förderbänder und dann weiter zur Ablage. Ja, so ein Massengutfrachter ist vollkommen anders als ein Containerschiff, auch anders gebaut. Und die haben auch andere Geschwindigkeiten. Wenn ein Containerschiff, wenn es darauf ankommt, möglichst schnell die Güter von Fernost nach Europa zu transportieren und umgekehrt. Deshalb haben die Containerschiffe dann meistens die großen 70.000 oder 80.000 PS oder Kilowatt. Die größten, größten Containerschiffe, die haben auch 100.000 PS. Das ist dann ein echter Wahnsinn, obwohl der Trend geht auch dahin zum sogenannten Low-Steaming. Das heißt zum Langsamfahren auf den Weltmeeren, um eben Treibstoff zu sparen. Und dann werden eben mehr Schiffe eingesetzt. Bei den Massengutfrachtern ist das anders. Die haben meistens keine eilige Ware, sondern da hat man eigentlich relativ viel Zeit. Die können ziemlich langsam fahren. Die fahren nämlich nur so zwischen 12 und 14 Knoten. Wenn man das mal 1,86 nimmt, dann hat man Kilometer pro Stunde. Das heißt, da geht es recht gemütlich durch die Weltmeere. Und deshalb haben wir auch relativ schwache und kleine Maschinen. Der zum Beispiel hat nur 11.900 Kilowatt Maschine an Bord. Das ist eigentlich recht schlapp, wenn man überlegt, dass ein Schlepper, ein durchschnittlicher Schlepper, hat um die 5000 kW. Das ist also ein bisschen mehr als das Doppelte. Ja, und hier auf der linken Seite sehen wir die Beladestelle für die Binnenschiffe. Hier wird die Kohle, meistens ist Kohle, auf die Binnenschiffe verladen. Und die fahren dann eben über die Kanäle und Flüsse, meistens zu Kraftwerken. Geradeaus sehen wir jetzt das dritte Container Terminal neben Eurogate, Burkhard Kai, was wir schon gesehen haben. Das ist jetzt das Container Terminal CTA oder Container Terminal Altenwerder, was einen ganz hohen Automatisierungsgrad hat. Das heißt, die Container werden auf das Schiff bzw. vom Schiff von Menschen noch gehoben. Das sind Leute, die auf der Gründe im Kran sitzen und den Spreader bewegen. Aber dann, wenn sie dann die Container abgesetzt haben, dann funktioniert alles automatisch. Das heißt also, die Container werden dann zum Ablageort gebracht, hinterher auch dann abgeholt, um dann auf den Lkw gesetzt werden oder auf die Bahn. Das ist also ein recht modernes Terminal. Aber es liegt eben zwischen dem Terminal und der Elbe ist halt die Kühlbahnbrücke. Die ist ja in Diskussion wegen Abriss oder Ersatz mit neuer Brücke oder Tunnel. Wir werden sehen, was da dann passieren wird in Zukunft. Wir werden sehen, wie wir jetzt hier sind. Ja, was wir hier sehen jetzt, wir sind jetzt hier in der Riete, das ist ein Bagger, nicht so ein Kratzbagger wie vorhin, sondern ein richtiger Saugbagger, der hat hier vorne dieses gelbe, gelbe Gestänge, da sind Stahlseile dran und an den Stahlseilen hängt ein riesiger Staubsauger oder Schlammsaugerrüssel dran. Und da wird quasi ein Unterdruck erzeugt auf dem Rohr und der saugt dann den Schlick hoch und über das Rohrleitungssystem in den Rumpf, in den Laderaum des Schiffes und dann, wenn das Schiff voll ist, voll Schlick, dann fährt es zum Verklappen. Und das heißt an eine Stelle oder an einen Rohranschluss, wo dann der Schlick abgeladen wird. Und das ist alles in Hand der Holländer, weil ich weiß nicht, ob die Deutschen einen Bagger haben, haben sie bestimmt, aber in Hamburg sieht man nur holländische Bagger und die verdienen sich eine rosane Nase, die gönnen wir denen auch. Aber es ist, was also der Hafen für das Bangern ausgibt, hier ist die, habe ich zumindest gehört, ich will hier keine Fake News verbreiten. Es ist nicht unerheblich, sagen wir es mal so. Genau, Drähte ist schön. Mir gefallen die Tanks da auch, so schön weiß und grün. Das war früher Vopack, jetzt heißt es EWOS. Und dann hinten das GTH, die Silos. Ich gehe nochmal auf zwei. So, die Silos und links daneben, interessant, da stand mal eine wunderschöne Hubbrücke, die alte Rähte Hubbrücke. Die gibt es da heute nicht mehr. Die ist nämlich ersetzt worden durch eine Klappbrücke. Die gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Rechts daneben ist ein Getreideterminal und dann, wo die gelben Ausleger sind, das ist mal was, was wir exportieren. Sollte man kaum glauben. Da wird Salz exportiert. Das heißt also in Deutschland oder weiß nicht, wo das herkommt, ich vermute mal, aus den Salzbergwerken haben wir so viel, dass das tatsächlich in Schiffe verladen wird. Und das geht mal außer Haus. Aus dem Hafen raus. So, und dann weiter. Das ist der Bereich Cadwick, Cadwick Shell. Und das ist eigentlich ein recht großes Öl-Terminal. Die Anschlüsse, die da, die Rohre, die da weggehen, die gehen auch kilometerweit weiterhin nach hinten. Da in diesem Bereich rein, wo dann auch eine große Raffinerie existiert. Und hier, da wo diese Brücke in der Luft schwebt, dieses schräge Ding, das ist die neue Hubbrücke, Cadwick Hubbrücke, die über die Süderelbe geht. Und da fährt dann der Schienenverkehr her. Und der braucht dann nicht mehr über die Straße zu fahren. Das entlastet enorm den Straßenverkehr. Weil nämlich dann die Eisenbahn ihren eigenen Weg hat. Und da muss nicht immer der Verkehr gesperrt werden. Weil im Moment teilen sich Eisenbahn und Straßenverkehr noch die blaue Brücke. Und das ist natürlich, gibt immer Engpässe. Jo, jetzt gucken wir mal hier in die Richtung und fahren mal zu unserer neuen, Europas größten Klappbrücke. Und schauen uns die mal genauer an. Ja, wir sind jetzt hier bei der Alana Evita, ein Küstenmotorschiff. Und wie ich schon gerade gesagt habe, sieht man hier, dass hier das Salz verladen wird. Das heißt, das kommt über Förderbänder, die hier oben in diesem hinteren Gebäude laufen. Und laufen dann hier und fallen quasi in den Laderaum rein. Hier wird also nicht gesaugt, sondern abgeladen. Was ja auch mal ganz schön ist. Und dieses Terminal, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Weil das ist schön, das sieht so schön alt aus, so schön industriemäßig und so schön symmetrisch. Und so, was man hier noch ganz schön sehen kann, ist, dass hier unten an den Kaimauern haben die Seeleute, wenn die dann gelegen haben, haben dann ihren Schiffsnamen oder irgendwas anderes dran gemalt. Und das geht heute nicht mehr mit den Containerschiffen, weil die Freiborde natürlich so hoch sind, da kommt keiner mehr an die Mauern. Aber ansonsten sieht man hier noch teilweise auch das Datum. Schiffsname, da ist noch ein bisschen mehr. Da sehe ich Kirillisch, da war das wohl ein russisches Schiff. Und da war alles, was mit Schütten zu tun hat oder mit Baggern, dauert immer ziemlich lange. Und die Leute, die haben tatsächlich zwei, drei, vier Tage Zeit, in Hamburg vielleicht sogar mal an Land zu gehen. Odessa. Ansonsten, das ist halt der Kalikai. Die Polizei bleibt auf ihrer Seite. Und wir fahren jetzt mal zur Brücke. So, jetzt sehen wir die Klappbrücke sehr schön, wie die funktioniert. Einfach symmetrisch. Von hier aus sieht das aus, als wenn das eine Brücke wäre. Es sind aber zwei Brücken, die hintereinander sind. Die vordere Brücke zu uns hin, da geht der Schienenverkehr drüber. Und die hintere Brücke ist für den Straßenverkehr. Genau. Und dahinter, aber da gibt es einfach mal googeln, alte Räte Hubbrücke. Da seht ihr noch die Hubbrücke aus dem, oh, wenn dann wurde die gebaut, im 30er, glaube ich. Nur die ist einfach nicht mehr breit genug gewesen. Und wenn man jetzt mal unter die Brücke guckt, sieht man, dass die freie Durchfahrtsfläche viel schmaler ist, als die graue Brücke es einfach erlaubt. Das liegt daran, dass die Fundamente von der alten Brücke einfach noch nicht abgerissen worden sind. Das heißt, eigentlich fängt die freie Durchfahrtsbreite da an später und hört da auf. Und im Moment hört sie hier schon auf. Das heißt, das muss nur abgerissen werden. Dann geht es in die volle Breite rein. So, und jetzt sieht man auch wieder unsere Ampeln oben rechts am Häuschen. Ich sag's mal, da. Da sehen wir zwei rote Ampeln nebeneinander. Und was haben wir gelernt? Nebeneinander bedeutet, du kannst, ich mach dir auf, ich schlafe nur. Das ist mein Bettchen, die beiden nebeneinander. Ruf mich an und ich mach dir auf. Und würden sie übereinander stehen, dann könnten wir umdrehen, dann dürften wir nicht durchfahren. Jetzt steht aber noch ein weißes Licht oben, links oben. Und dieses weiße Licht heißt, dass Schiffe, die von der Höhe her durchpassen, können durchfahren. Nämlich, wenn die Brücke in Aktion geht, das heißt, wenn die auf oder zu geht, dann geht das weiße Licht aus. Dann dürfen wir nämlich, auch wenn wir drunter herpassen würden, nicht durchfahren, weil nämlich dann die Brücke in Bewegung ist. Eigentlich ganz logisch. So, jetzt fahr'n wir mal. Wir hatten bei der Inbetriebnahme ziemliche Probleme, weil, das kann man ganz schön sehen jetzt, weil wir da gerade drauf zufahren. Genau in der Mitte ist diese Stelle, wo die beiden ineinander klinken. Und die sind dann mit dem Zug oben drüber gefahren, hat die Brücke so durchgehangen, dass die Gleise oben nicht mehr aneinander stoßen, stießen. Und dann musste da ziemlich rumgefummelt werden. Das ist so die Geschichte, die ich kenne. Aber jetzt hat man das alles so hingekriegt, dass auch die Züge jetzt hier oben rüberfahren dürfen. Aber, was ziemlich nervig ist für alle, auch für den Verkehr, die Brücke ist saumäßig lahm. Sprich, bis die aufgeklappt ist, vergehen so, ich meine, ich hättest mal gestoppt vier Minuten oder so. Hier sehen wir jetzt die Klappis von unten. Und dieser ganze Kram hier, da, das muss noch alles weg. Da, das muss noch alles weg, kommt noch alles weg. Da kann man sehr schön sehen, das ist das Fundament von der alten Brücke. Und da genauso. Das werden mal historische Aufnahmen, wenn das nicht mehr da ist. Genau. Das ist der Speicher hier, GTH. Hier geht es jetzt weiter nach Harburg. Wir fahren aber ins Städtchen nach Hamburg. Das ist übrigens der Reierstieg. Der Reierstieg ist ein natürliches Gewässer, das ist nicht gebaggert worden. Und das hat schon seit eh Jahr und Tag Hamburg mit Harburg verbunden. Das sind ungefähr acht Kilometer. Mit dem Bötchen braucht man ungefähr, wenn man nicht allzu schnell fährt, ja, dreiviertel Stunde. Bis man dann von der Elbphilharmonie geradeaus in Harburg an der Schleuse rauskommt. Ansonsten kann man hier recht viel alte Hafengeschichte erblicken. Ihr fährt aber ganz selten nur eine Hafenrundfahrt her. Und hier links ist der Ponton, Anleger Reethebrücke. Ich glaube aber nicht, dass der irgendwie regelmäßig angefahren wird. Auf jeden Fall dahinter ist der Bunker. Der, ja, ist ein alter Bunker. Da hat sich Greenpeace eingenistet. Und, eingenistet ist gut, das ist das Greenpeace Technische Zentrum. Ich war da mal drin beim Tag der offenen Tür. Und ihr seht die Gerüste da alle. Da sind die Kollegen immer heftig am Üben, sich abzuseilen für alle möglichen Aktionen. Ja, weiter geht es jetzt auf dem Reiherstieg in Richtung Norden. Das heißt, wir fahren den Reiherstieg Richtung Innenstadt. Hier ist jetzt eigentlich kein großartiger Schiffsverkehr mehr. Ja, wir haben hier noch gleich eine Hubbrücke, die über so eine Hebelvorrichtung, wie man es vielleicht aus Holland auch viel kennt, geöffnet wird. Aber das ist ganz, ganz, ich habe es noch nie gesehen, dass die Brücke geöffnet war. Weil hier ist es auch nicht tief. Und, ja, ansonsten ist es ein natürliches Gewässer, was die Innenstadt mit Hamburg-Harburg verbindet. Circa 8 Kilometer lang. Und man braucht schon, ja, eine gute, knappe Stunde, um gemütlich mit dem Boot dann diese Strecke zurückzulegen. So, das sieht man eigentlich auch nicht, wenn man normal mit der Hafenrundfahrt hier rumfährt. Das ist eine wunderschöne Werft, eine alte Werft. Und die hat noch so eine schräge Helgen, nee, heißt das Helgen? Ich meine, es heißt so. Das sind einfach Schienen, die schräg sind. Auf den Schienen fahren kleine Plattformen mit Rädern unten dran. Die werden so lange, so weit ins Wasser gelassen, bis sie ganz unter Wasser sind. Da kann man es sehen, da oben. Und dann wird das Schiff, wenn sie da im Wasser sind, wird das Schiff über die, über den Aufzug quasi rübergezogen. Und dann mit dem Aufzug die Schräge hochgezogen. Und so kann man dann am Rumpf arbeiten. Da kann man das sehr schön sehen. Das ist die Werft hier oder Buschmann. Und man sollte kaum glauben, es gibt ganz viel zu tun für die. Es gibt ganz viele Pontons, Schuten. Da kann man so eine Schute sehen, die vollgeladen wird und die dann aufgeklappt wird, um ihr gut loszuwerden. Das sieht man nicht so halb aufgeklappt. Also ein Klappmechanismus. Da der Schlepper Taifun. Das sind alles Schiffe in der Größe, die hier fertig gemacht werden. Und hier sind ganz viele Herrschaften, die noch richtig Werft können. Kann natürlich auf anderen Werften auch, aber hier ist viel Know-how noch vorhanden. Und dann gibt es auch so pittoreske Eindrücke. Zum Beispiel hier vorne, wo das alles schon so ein bisschen verfallen ist. Oder der blaue Kran ist mein Liebling. Er erinnert mich immer früher an den 60er Jahren, als sie da gebaut haben, Häuser gebaut wurden. Da sahen die Kraner alle so aus. Da gab es noch keinen waagerechten Ausleger, sondern wir hatten immer, ich weiß nicht, wie das heißt. Und dann eben der Ofen, die Halle. Das ist echt toll. Das ist echt super. Ja, die Buschmann werft. Genau, es geht weiter, geradeaus, nach in die Stadt rein. So, jetzt sind wir immer noch hier im Reiherstieg. Hier liegt ein altes Bäderschiff, Hiddensee. Früher mal Inselhiddensee. Oftmals kaufen sich Leute solche Schiffe und machen die dann wieder fertig oder lassen sich mehr oder weniger viel Zeit damit. Jetzt sind wir bei einem ganz interessanten Kreuzungspunkt hier. Links geht es gleich in die Ellerholzschleuse. Auch wieder eine Schleuse, die nur den Strom stoppen soll, also eine Stromschleuse. Und rechts geht es Richtung Peute, wer das kennt, Richtung Autobahn. Und geradeaus geht es wieder in den Schiffbahnteil des Reiherstiegs. Er ist jetzt wieder gebaggert und tief. Das merkt man häufig bei den Wellen. Hier gibt es immer kleine Wellen. Und wenn dann die ausgebaggerte Tiefe zunimmt, dann werden die Wellen höher. Man muss immer sehr aufpassen, wo man hier langfährt. Das heißt, hier ist ja Ebbe und Flut. Hier geht es vier Meter rauf und runter. Und wenn man mal bei starker Ebbe hier langfährt, dann sieht man immer genau, wo es flach ist. Das muss man sich dann merken. Und da möglichst nicht langfahren, wenn man so Zwischenzustände hat. Also wenn volle Flut ist, kann man tatsächlich fast überall langfahren. Auch ein bisschen am Rand. Aber so dazwischen, uiuiui, da wird es dann schnell flach. Da hat man einen Propeller kaputt. Da sehen wir jetzt übrigens, ah, das muss ich gleich auf zwei machen. Links zwei rote Lämpchen übereinander. Über dem linken Tor. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist dauerhaft gesperrt, weil die wird nämlich gerade, ich weiß nicht, ob die gebaut wird oder was damit passiert. Gut. Ja. Hier ist die Ernst-Auge-Schleuse. Da kann man nach Wilhelmsburg reinfahren. Ganz fantastisch, ganz süß. Ne, da hinten ist sie. Da. Ganz hinten. Die Ernst-Auge-Schleuse. Und hier eine ganz tolle Art und Weise, wie man einen Radweg an eine Brücke anbauen kann. Man kann da auch die Radfahrer oben langfahren sehen. Die ist einfach über so eine Konstruktion, kann man hier sehr schön sehen, angeflanscht worden. Finde ich ganz toll. Jetzt kommt gleich die Geschichte vom goldenen Kalb. Wir wollen ja nichts auslassen hier. Hier links der Pfeiler, da ist oben so ein Plateau drauf. Und da sieht man, dass auch so eine Leitung darunter geht. Da stand immer ein Kalb, ein goldenes Kalb, ein Kunstwerk einer Künstlerin, so wie ich gehört habe. Und die hat sich mal darüber aufgeregt, dass da ein ordentliches Graffiti hingemalt worden ist. Weil das waren immer so Schmierereien. Und die Stadt sagt dann, komm, dann bezahlen wir mal ein bisschen Geld. Und dann wird wenigstens da was ordentliches hingemalt. Und dann habe ich gehört, kann auch Fake News sein, Achtung, Achtung, dass die gesagt hat, nee, dann nehme ich das Kalb da weg. Weil das zu propelig aussieht da, die Ecke. Argentinienbrücke. Da kommt man übrigens auch mit der Hamburger Haddock hin, mit der Fähre. Genau. Jetzt sind wir wieder im Bereich der Schifffahrt. Und geradeaus ist jetzt die Lürssenwerft ehemals Norderwerft. Und die Norderwerft ist mit Blom und Voss in Hamburg ja, eine, die wichtigsten Werften eigentlich, kann man sagen. Es gibt noch mehrere Werften, aber die anderen sind dann erheblich kleiner. Und die Norderwerft, ich glaube, der ist es noch nie schlecht gegangen. Ich habe noch nie gesehen, dass die nichts zu tun haben hier. Da ist immer was los. Und die machen auch viel für die Bundeswehr hier. So ein Versorger ist da gerade drin. Mit den größten Schiffen der deutschen Marine. Und die versorgen halt andere Schiffe mit Treibstoffessen und so weiter. Die haben so richtige Kranvorrichtungen, um den Treibstoff-Schnödel darüber zum anderen Schiff zu kriegen. Genau, also die wurde von Lürsten gekauft, genau wie auch Blom und Voss von Lürsten gekauft worden ist. Und ja, da fahren wir jetzt mal hin. Das wird ja immer pittoresker hier. Genau, jetzt haben wir hier auch wieder eine Kreuzung. Geht gar nicht. Warte mal, geht das so? Nee, ich komme mit dem Gimbal nicht so richtig zurecht. Ist auch egal. Also geradeaus unsere Docks mit den Marineschiffen. Und wir biegen jetzt mal links ab. Und das Verrückte ist hier, kein einziger Rundfahrer. Also Rundfahrer sind Hafenrundfahrten. Jetzt fahren wir hier, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt, in so eine kleine, unbekannte Ecke rein. Hier ist das nämlich ganz nett. Das ist hier auch eine Werft. Die Flintwerft, die hat auch so ein Schrägding. Da ist ein alter D-Mark Mobilkran. Ich habe nämlich die Lehre bei der D-Mark gemacht. Und hier finden sich immer ganz interessante Schiffchen. Und wenn man mal ein Boot kaufen will, dann macht das auch immer Sinn, ein bisschen im Hafen rumzufahren und zu gucken, was da rumliegt. Wenn man mal ein schönes Gefundertal war, warum die das verkaufen halt. So, wir fahren jetzt mal hier geradeaus. Und das kennt eigentlich, fährt eigentlich nie einer her. Also erst mal wenig Wasser, wenn Erbe ist. Wo wir gleich rauskommen, das sehen wir gleich. Das kennt ihr alle. Das wollen wir jetzt erst mal ein bisschen Gas geben. Das ist eigentlich nur so ein bisschen Dschungel hier. Das ist mein Lieblingskran. Wir sehen, dass wir jetzt langsam zusammen. Tja, wir haben meine Tage gesehen. Oh 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 Da sieht man hier die alten Fenster, die alten, wie sagt man dazu, Fenstersimse von etwas, was gar nicht mehr existiert. So, und wenn man jetzt hier rumkommt, sind wir mitten in Hamburg. Nämlich im Fährkanal, genau gegenüber von Landungsbunden. Da, 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 da. Hier ist der Anleger für die Mitarbeiter von Blob und Voss, die zur Schicht fahren. Man kann natürlich auch durch den alten Elbtudel gehen. Der ist jetzt wegen der Corona-Krise gesperrt, übers Wochenende habe ich gelesen. Das ist jetzt Steinwerder. Hier rechts ist auch ein Punkt, da kann man auch mit dem Auto hinfahren und hat einen herrlichen Blick auf Hamburg. So, wir fahren nochmal ein bisschen schneller. So, und jetzt sind wir eigentlich genau auf einer Seite von Hamburg. Und wie man sieht, und das ist echt gespenstisch, es ist Wochenende. Normalerweise grau bis schwarz vor Menschen. Die ganzen Landungsbrücken sind komplett belegt mit Rundfahrern und jetzt Totentanz hoch 28. Unglaublich. Da kann man die Leute, auf Landungsbrücken kann man zählen. Alles zu. Alles zu. Alles zu. Selbst die Helgoland Fähre, die wir gerade aussehen, ist hier im Hafen. So, dann machen wir mal ganz kurz eben für Leute, die das interessiert. Wir gucken jetzt hier quasi nach Westen und schauen hier auf Altona. Und dann kommt dieses Riverside Hotel, der Graublock, der Astraturm, der Munterter Turm. Wie heißt der noch hier gerade aus? Mit dem roten Ding? Ähm, weiß ich, weiß ich. Ähm, weiß ich nicht. So, und dann die tanzenden Türme, das Hotel Hafen Hamburg, der Pegelturm natürlich, U-Bahn-Station Landungsbrücken. Da wird noch gebaut. Dann der Michel hinter der Rigma Rikmas Vorsätzen. Dann die neue Promenade, die Fähre, dann der Bunker, dahinter das Nikolai Mahnmal, der Turm. Die Cap San Diego natürlich. Und dann der Beginn der Hafen City. Natürlich mit der Elbphilharmonie. Und da hinten sind die, das mach ich mal in Zoom, die Elbbrücken. Und dann hier das gelbe Zelt König der Löwen. Das ist so einmal rum. Noch mal nah. Lang Pauli. Da dahinter Fisch, äh, äh, Fischmarkt. Hafenstraße. Das Hotel, äh, Astraturm. Ah, wie heißt das noch? Oh, sag ich noch mal. Dann natürlich, äh, Deutscher Wetterdienst. Deutsches Photographisches Institut, tanzende Türme. Dann hinten Hotel Hafen Hamburg. Pegelturm. Natürlich der Heinrich-Herzturm. Und Landungsbrücken. U-Bahn-Station. Regma Regmas. Michel. Vorsätzen mit neuer Hochwasserschutzanlage. Neuer Hochwasserschutzanlage. Dann, äh, Kap San Diego. World. Ne, äh, nicht World Trade Center. Hamburg Trade Center. Und natürlich die Elbphilharmonie. Und dahinter die HafenCity. Ja, jetzt fahren wir mal einfach mal in die Speicherstadt. So, das kennt bestimmt jeder von Ihnen, wer schon mal in Hamburg war. Ähm, die beiden Theater von Stage. Pretty Woman läuft da gerade. Und natürlich König der Löwen seit ewiger Zeit. Auch alles geschlossen. Ein sonniger Blick auf die Kap San Diego. Also ich finde ja die Skyline immer wieder toll. Typisch und toll. Und diesmal ohne Schiffchen. Und auch bald ohne Hafengeburtstag. Fast unvorstellbar. Aber so ist es. Also, auf in die Speicherstadt. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es so. Aber doch mal nach oben sind. Also, es ist offenbar. Aber hier ist nicht unsere Zeit. Wir haben aber auch ein paar Mal dort. Und ich bin ein Grund für die Segerstadt. Wir wollen das. Wir wollen es schon mal hier. Und zwar nicht unsere Zeit. Aber wir wollen mal hier. So, wenn Sie schon nicht hier sein, können, dann wenigstens ein bisschen längeren Blick auf unser schönes Bauwerk hier, die Elbphilharmonie. Es fällt Ihnen sicherlich auf, dass auf der Platza da, also an den Rundgang, kein Mensch ist, weil auch alles gesperrt ist hier. Jetzt fahren wir mal kurz in den Sandthorhafen rein. Auch hier wieder zwei rote Lamplein nebeneinander. Aber weißes Lamplein sagt, Andreas darf da rein. Das ist ganz interessant hier. Das sind drei braune Schiffe und die heißen nicht nur Wasserboote, das sind auch Wasserboote, die bringen Trinkwasser zu den Seeschiffen. Ja, Trinkwasser. Genau, jetzt fahren wir mal hier unter der neuen Brücke drunter her in den Sandthorhafen. So, das ist jetzt der Sandthorhafen hier. Das ist das erste Hafenbecken, was von Industrie auf maritimen Tourismus statt Idyll umgebaut worden ist. Und hier ist halt HafenCity par excellence zu sehen. Ich bin ein freundlicher Kritiker dieser Architektur, weil einfach der eine zum anderen nicht geschaut hat. Man weiß, man hat einfach seinen Kram dahin gesetzt und hat nicht darauf geachtet, was daneben ist. Schon gar nicht. Also hier kann man noch sagen, okay, Rotklinker oder Hellerklinker könnte man noch so ein bisschen Richtung Speicherstadt interpretieren. Dann geht das aber los, Kraut und Rüben. Und ich merke immer wieder, dass es gibt diesen englischen Begriff breathtaking, atemberaubend. Atemberaubende Architektur, finde ich. Kriegen wir es hin? Das ist atemberaubend, ob man es mag oder nicht. Aber wenn man da vorsteht, das noch nie gesehen hat, und wenn ich hier vorstehe, dann muss ich höchstens würgen, aber nicht so. Wenn man die Augen zumacht, dann wüsste man nicht, was man gerade gesehen hat, weil es ist einfach, naja, okay, vielleicht die Linse da vorne. Es ist einfach Architektur, die im Spektakulitätsgrad zwischen 60 und 70 Prozent rumspielt. Entweder ich mache konservative Architektur, die dann auch schön ist, weil sie sich einbettet in ein Ensemble. Oder ich muss Höchstleistungen bringen, wo ich wirklich sage, meine Güte, dass das nicht umfällt. Meine Güte, was ist das denn für ein Lichtspiel? Meine Güte. Und was die gemacht haben hier, alleine hier dieser braune Bau oder hier, das ist für mich schon leider nicht nur langweilig, sondern das ist Architektur für 15 Jahre. Danach guckt keiner mehr dahin. Es gibt aber auch Häuser, die mir einigermaßen gefallen und das ist das geradeaus, dieses Halbunde. Tolle Idee, tolle Architektur, schön umgesetzt, besonders. Könnte ich auch Augen zumalen und zumachen und das malen. Und dann so ein bisschen gefällt mir noch das Scheiner Shippinghaus, was die tragende Struktur außen hat, das dunkle braune mit den Doppel-T-Trägern in rot. Finde ich auch nicht schlecht. Und das Kupferhaus hinten, das sieht man von hier aus jetzt nicht so gut. Aber das ist eben richtig Kupfer, richtig Kupfer und macht was her. Ja, ansonsten ist hier eigentlich Museumshafen angesagt, aber irgendwie ist das Ding noch nie so richtig durchgestartet. Natürlich gibt es hier Schiffe, die ein bisschen älter sind. Die Chahörn haben sie hier in Verband. Ich glaube, da ist auch keiner so richtig glücklich mit. Die war eigentlich im Elbstrom drüben auf der anderen Seite. Hier gibt es so eine Liga, da so ein Kran. Naja, naja. Was schön ist, ist hier die Pontonanlage, die haben sie toll gemacht. Die ist groß genug und damit da auch... Achso, hier ist das Theaterschiff, ist hier. Ja, ja, genau. Weil die renovieren da hinten. Und das liegt normalerweise in der Stadt, das Theaterschiff. Genau. Ja, hier ist mein erträglicher Bau und da ist es eigentlich sehr schön. Ja. Zwei Mal, einmal ein bisschen nach hinten und dann wieder zurück. Ja, hier sehen wir jetzt die Repsol, das ist ein historisches Feuerwehrschiff. Und hier tatsächlich auch noch Baurat Schmidt. Das habe ich wusste ich gar nicht. Der ist außer Dienst gestellt worden. Weil der war eigentlich noch... Also ich das letzte Mal gesehen habe, stand da noch Feuerwehr dran und war noch im Dienst. Aber der ist jetzt bestimmt ersetzt worden, natürlich durch das große Feuerwehrschiff. Aber wenn man die Repsol ganz, ganz lieber Eichner, wenn die das sehen, hallo, hallo. Weil manchmal darf ich da dran parken. Die haben da kein Problem mit. Ja, jetzt mal einmal rumdrehen. Da hinten sehen wir die Speicherstadt durchschimmern. Da fahren wir jetzt auch gleich mal hin. Hier die Schahörn. Der alte Senatsdampfer. Bin ich auch schon mal mitgefahren. Ist natürlich ein richtiges Dampfschiff. Fährt auch. Irre schön geschmeidig leise. Eine wunderschöne Maschine. Die Schahörn zu besichtigen ist einfach toll. Genau. So, wir fahren zurück. Ich melde mich aus der Speicherstadt. Deswegen ist die Wuhldorf hier. Und eine alte Hadag-Fähre. Sehr schön hergemacht. Da fahren noch ein paar in Hamburg mit rum. Die Hadag-Fähren. Hier das weiße Schiff ist die Säute Dern. Die ist jahrelang von Cuxhaven nach Helgoland gefahren. Ein Butter-Schiff. Butter-Dampfer. Wer es nicht kennt. Und es war mal so, dass wenn man die Drei-Meilen-Zone verlässt oder so ein bestimmtes Gebiet um den Hoheitsgebiet, dann kann man zollfrei einkaufen. Und man nahm dann also Waren mit, fuhr dann so weit weg, dass man zollfrei verkaufen durfte. Und dann fuhr man wieder zurück. Und dann konnte man halt auf dem Schiff einkaufen. Das waren die sogenannten Butterfahrten. Heute in der EU gibt es das nicht mehr. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Und die Säute Dern, die fuhr halt immer zwischen Cuxhaven und Helgoland hin und her. Das macht heute der Halunderjet von Hamburg nach Helgoland. Mit Stopp in Cuxhaven, glaube ich. So, jetzt fahren wir hier gerade rum, ums Eck. Kurz gucken. Fahren Sie jetzt hier der City-Sportboothafen. Das ist der Hafen für Segelboote, die nach Hamburg kommen. Da kann man wunderbar liegen. Natürlich ein bisschen unruhig, weil es wackelt ein bisschen und man hat Elbe und Flut. Aber, warte, ich muss mal aufstehen. Zocka! Man kann aber nur als Gastlieger hier liegen. Das heißt, man kann hier nicht in festen... Huch, ich sehe gerade, die Speicherstadt ist gesperrt. Da hängt doch glatt das rot-weiße Schild hin. Naja, fahren wir von hinten rein. Was hätten wir da jetzt durchfahren können? Kann sein, dass die da gerade irgendwas bauen oder so. Naja, auf jeden Fall hier den Blick, den kennen bestimmt viele. Wie gesagt, City-Sportboothafen. Das ist der Hafenmeister im Gelb. Und für Leute, die Hamburg besuchen. Darum ist Grunau im Jahr. Das graue Gebäude, Michel. Hier das relativ berühmte kleine rote Häuschen, da ich keinen Fernseher habe. Ich habe das Ding noch nie im Fernsehen gesehen. Ist, glaube ich, irgendeine Wache. Und davor ein Löschboot. Branddirektor Krüger. Vom gleichen Typ, wie wir es gerade gesehen haben. Nur hat er hier noch Feuerwehr dran stehen. Der ist noch in der Aktion. Ja, hier die Niederbaumbrücke. Warum heißt das Niederbaum? Ich erkläre es kurz. Weil hier fing eigentlich früher der Hamburger Hafen an. Also dahinter hier. Und zog sich dann hinterher bis zum, da wo der Kirchturm ist oder das Mahnmal mit dem Nikolaihafen. Das ist der alte, der ursprüngliche Hafen, der in die Festung Hamburg eingebettet war. Und damit die keine Schiffe klauten, beziehungsweise keine Schiffe rein, nachts in den Hafen rein konnten, hat man die Elbe oder die Flete hier mit Baumstämmen blockiert. Das heißt, man hat einfach einen Baumstämmen oder mehrere Baumstämmen ins Wasser gelassen. Und dann kann man natürlich nicht einfach da drüber hüpfen. Und deshalb heißt es Niederbaum und ist Niederbaumbrücke hier. Und dann gibt es auch noch eine Oberbaumbrücke, glaube ich. Und so weiter. Das sind die Erklärungen der Namen. Wir kommen jetzt in den sogenannten Binnenhafen rein. Und der Binnenhafen, da liegen ein paar Kassen. Weil man kann nicht nur ein paar Kassen fahren von den Landungsbrücken aus, sondern ich empfehle jedem hier zu diesem Turm da zu gehen, zu der kleinen Dingsbums. Und dann dort hier mit der Kasse zu fahren. Oftmals sind die billiger und freundlicher manchmal. Das habe ich aber nicht gesagt. Hier links geht es in den Alsterfleth rein. Das heißt also, da kann man dann theoretisch in die Schleuse fahren. Und die Schleuse schleust einen dann hoch oder runter auf fast Alsterlevel. Zumindest auf dem Level der Gewässer, die dann in der Hamburger Innenstadt rumfließen. Und dann hat man ja nochmal eine Schleuse am Rathaus. Und dann ist man theoretisch in der oder auf der Alster. Nur mit dem Motorboot kommt man da nicht hin. Mit dem Paddelboot ja. Also natürlich mit Genehmigung ja, aber als Normalsterblicher nicht. So, hier haben wir jetzt nochmal die Backassen. Den Binnenhafen finde ich immer besonders schön. Weil wenn man von der Brücke guckt, sieht man auf den Michel und auf das Ganze drumherum. Ja, und hier ist so eine kleine Werft. Da basteln die auch immer an den Backassen rum. Hier ist das Hanseatic Trade Center. Kehr wieder. Kehr wieder heißt Kehr wieder, weil es wahrscheinlich heißt, lieber Seemann oder Seefrau, viel Spaß. Auf der Reise, aber komm wieder zurück. So, da hinten ist die Schifferkirche, die Flussschifferkirche. Man sieht das an dem Weißen Kreuz. Die bimmelt auch immer sonntags. Das Mahnmal St. Nikolai kennt ja auch jeder. Das ist der stehen gelassene Turm. Bei den Bombenangriffen haben immer die Angreifer versucht, die hohen Gebäude stehen zu lassen. Damit sie sich daran orientieren können. Insofern ist der Michel, der Michel-Turm, sind die Kirchen eigentlich immer versucht worden, nicht kaputt, nicht kaputt gebombt zu werden. So, hier die ganzen Backassen, die jetzt im Moment nichts zu tun haben. Senator. Und hier die einarmige Brücke hier. Also die war ganz lange Zeit, war hier in der Mitte noch ein Stützgerüst drunter, was aber nicht mit der Brücke verbunden war. Aber ich glaube, wir haben dieser Strippe da oben nicht so richtig getraut. Aber, weil eigentlich brauchen wir immer doppelte Sicherheit, wenn da Leute drüber kommen oder drüber gehen. Und das ist eben nur ein Seil, was da ist, aber anscheinend hält es. Genau. Ach guck, das ist ja auch interessant. Hier geht es nämlich normalerweise, da wo man die Bretter sieht sozusagen unter dem rot-weißen Schild, was heißt Durchfahrt verboten, da geht es normalerweise in den Nikolai-Fleth rein. Da wäre ich auch gerne mit euch reingefahren. Kann man dem momentan nicht. Ich glaube, der wird, ich weiß gar nicht, was da mitgemacht wird. Wird wahrscheinlich instand gesetzt. Keine Ahnung. So, jetzt geht es hier weiter. Ich glaube, das ist der Grenzkanal, der Zollkanal heißt er. Früher war ja der Hamburger Hafen ein Freihafen. Sprich, es war ein abgezäuntes Gebiet. In dem Gebiet konnte man einführen und ausführen, ohne die Waren zu verzollen. Und sobald man aber über diese Brücke fuhr hier, das war die Zollgrenze oder eine von vielen, mussten wir natürlich entsprechend Zollzölle zahlen. Deshalb gibt es auch dort ein Zollmuseum. Aber hier noch nicht, da hinten ist das erst. Ja, hier rechts Speicherstadt. Vielleicht mal schauen, ob wir das von der anderen Seite noch sehen. Aber das kennt ihr ja alle. Der Kran bei den Möhren. Solche Kräne gab es früher zuhauf, hier. Alles tot hier. Hier ist der Anleger der Hamburg Port Authority. Hier müssen wir mal kurz eben anhalten. Wir sehen, dass das so eine Doppeldeckerbrücke ist. Das ist nämlich ganz interessant. Wenn hier Hochwasser ist, dann kann es sein, dass die Brücken von dem Hochwasser überschwemmt werden. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit mehr, von der Innenstadt in die HafenCity zu kommen. Und hier diese Konstruktion, diese Brücke, hat oben eine Fahrspur, die 30 Tonnen trägt. Das heißt, da können auch schwere LKWs langfahren. Und da fährt auch die Feuerwehr lang, wenn hier unten Holland in Not ist. Das heißt, so kommen wir immer noch trockenen Reifens in die Hamburger HafenCity. So, jetzt gucken wir mal, ob wir rechts fahren können. Oder Steuerbord. St. Katharinenkirche. Hier ist auch dieses dünne, schmale Haus hier, was man da sieht. Das sieht normalerweise auch niemand, wenn da keiner hinguckt. Rechts Speicherstadt, alles hier an den Stand gebracht. In den Stand gesetzt die Mauern, keine Mauern. Ne, ist auch gesperrt. Scheiße. Kommen wir gar nicht in die Speicherstadt rein. Egal. Hier ist Durchfahrt verboten. Wahrscheinlich ist... Da sollte man übrigens nie mit scherzen. Das ist... Man weiß nie, was da ist, weil du kannst nie unter das Wasser gucken. Kann sein, dass da irgendwie ein U-Boot gesunken ist. Und wenn man da reinfährt, dann macht es klonker, klonker. Und dann hast du dich groß blamiert. Jo, weiter geht's. Hier sieht man jetzt die Brücke mit den Zolleinrichtungen. Und zwar sieht man diese hier, da, diese Tore. Da ist noch Durchfahrts verboten. Die wurden nachts abgeschlossen, zugemacht. Und dann war zappenduster. Dann kam keiner mehr rein und wieder raus. Und dieses ganze Gestänge da oben, das ist der alte Zollzaun. Und man kann das so sehen. Ja, und den Freihafen gibt's ja schon lange nicht mehr. Mit der Planung der HafenCity wurde der eingestampft. Vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, 20 Jahren, 15 Jahren. Und hier ist das Zollmuseum. Auch mit dem Zollboot, was da immer liegt. Die Oldenburg. Deutsches Zollmuseum. Auch geschlossen, natürlich. War ich noch nie drin. Gibt's also lustige Geschichten von, wie heißen die nochmal, wenn man den Zoll bescheißt? Schmugglern, Schmugglern. Tja, wie die Brandstweete. Wir sind jetzt, wenn einer Google Maps gucken will, brauchen wir nur noch Brandstweete gucken. Dann sieht er, auf welcher Höhe wir sind. Oder Zollmuseum. Ja, jetzt sind wir schon fast durch. Also die Speicherstadt ist natürlich auf der rechten Seite jetzt von uns. Und links sehen wir das Kontorhausviertel mit einem ganz bekannten Haus, nämlich dem Chile-Haus. Das Chile-Haus, was ich als Fotograf rauf und runter fotografiert habe, weil ich für den Besitzer, für den Inhaber Union Investment viel arbeite. Und den Hausmeister gut kenne, ein ganz lieber Kerl. Ganz lieber Kerl. Da sieht man jetzt das Chile-Haus mit den geschwungenen Fassaden. Traumhaft. Das Premiere-In sehe ich zum ersten Mal hier. Und hier war früher IBM drin, ganz früher. Und danach war das Spiegel. Da gab es einen Spiegel im Spiegel-Hochhaus noch nicht. Hallo. Genau, das ist nicht das Spiegel-Hochhaus. Hier ist übrigens Dialog im Dunkeln. Kann ich auch empfehlen. Einfach mal googeln. So, wir fahren mal ein bisschen schneller. Da noch mal das Chile-Haus. Wir kommen jetzt zum Deichtorhallen. So, hier haben wir das Spiegel-Hochhaus. Davor ist eine Wasserstoff-Tankstelle. Die werden wahrscheinlich auch alle Homeoffice machen. Obwohl, hier und da leuchtet Licht. Oder ist es nur Reflexion? Also hier kämen wir jetzt auch in die Speicher-Stadt rein. Kommen wir mal gucken. Kann ja nicht alles zu sein hier. Jetzt hier auch gesperrt ist. Ne, hier ist es offen. Ah ja. Alles doch gut. Wo kommen wir da durch? Das ist der berühmte Fotopunkt hier in Hamburg. Die Poppenmühle. Hier oben, also wir fahren jetzt ja unter der Brücke her, aber oben auf der Brücke stehen immer sehr viele Fotografen. Und das ist besonders schön am Tag, natürlich aber auch in der Nacht oder jetzt zur Dämmerung, weil dann hier ganz viele kleine Lämpchen die Speicher-Stadt erleuchten. Und hier teilt sich gerade der Fläht. Und hier teilt sich gerade der Fläht. Und Fläht heißt das deshalb, dass es kommt von dem Wort Fließen. Und wir sehen jetzt, rechts können wir nicht durch. Da ist wieder die Österreich-Flagge, sprich, durch was verboten. Links kommen wir durch, aber da müssen wir links abbiegen und geradeaus geht's. So, jetzt sind wir hier, hier oben rechts ist das Dominizil der Hamburger Hafen- und Lageraktiengesellschaft HALA mit dem Speicherstadt-Rathaus, heißt das glaube ich. Und dann nennt man das so. Hier haben wir auch wieder eine idyllische Kreuzung, links, alles, alles Hafen-City und hier ist dann das Flähtschlösschen, der stand früher ganz allein hier und dahinter waren Kaffeebröstereien und weiß der Henker was alles. Und hier hat das Flähtschlösschen nie so richtig abgehoben, obwohl das eigentlich ganz pittoresk ist. Und hier ist jetzt die Durchfahrt zur Hafen-City. Die Schilder oben heißen, dass man da lang fahren muss, wo die weißen Dreiecke sind. Das heißt, man muss zwischen den weißen Dreiecken durchfahren, das ist das Angezeigte, wo es lang gehen muss. So, wir fahren jetzt unter, wie heißt denn die Straße? Santor, Santor, Höft? Ne, keine Ahnung. Da fahren wir auf jeden Fall drunter her und werden gleich das Maritino Museum sehen. Vielleicht wart ihr schon mal da drin, wenn nicht, auf jeden Fall mal besuchen, also auch wenn man keinen Bock hat auf Museum. Das ist wirklich interessant. Hier ist es. Na? Mach doch. Na, ich blick das nicht. Egal. Warte mal, ich muss mal einmal ausstellen hier. So, hier ist das Maritino Museum jetzt und das mag ich hier. Das ist so ein bisschen wie in, wie nennt man das, wie in Venedig. Ich war zwar noch nie in Venedig, aber hier hat man tatsächlich mal so ein paar Fläte, die so ein bisschen zickzack gehen hier. Das ist nochmal, das ist ein umgebauter Speicher. So, und hier haben wir jetzt, das ist auch die typische Strecke, wo die Rundfahrer langfahren. Hier ist meine Lieblingsbrücke. Das ist einfach eine Verbindung von da nach da. Allerdings mit einem Knick drin. Das finde ich total toll. Hier ist dieser Knick. Kann man vielleicht sehen. Finde ich total toll. Astrein. Das ist Architektur. Das ist super. Das gefällt mir. So, jetzt fahren wir mal. Das ist jetzt der sogenannte Magdeburger Hafen. Und hier auch wieder Achtung. Das am Rand ist immer flach. Und hier ist das, wie heißt er noch, der Schlimmling? Störtebäcker-Denkmal. Da, wo die beiden Leute stehen da oben. Den Kollegen haben sie am Stehen geköpft. Und da hat der Kollege gesagt, die reiht mein Team neben mir auf. Und die Leute, die ich noch mit geköpftem Zustand abschreite, dürfen frei. Aber ich glaube, das ist eine Saga. So, das ist der Magdeburger Hafen. Immer wurde gesagt, dass hier mal HafenCity Zentrum das Sprudeln wird vor Leuten und so. Irgendwie blieb es doch relativ ruhig. Und eine witzige, nein, nicht witzig, schon eine komische Nummer, ist diese Elb-Arkaden hier. Oder Elb, wie heißt die? Elb-Arkaden heißen die, glaube ich. So, das ist dieser Gang. Der ist zehn mal zehn Meter groß. Und ich habe da so eine Veranstaltung mitgemacht, als die vorgestellt wurde. Und es wurden die wildesten Töne gespuckt. Es wurde gesagt, das wird das Zentrum und hier ist so viel Leben und so. Hier verliert sich immer noch niemand hin. Also unten gehen natürlich die Leute am Wasser lang, aber oben durch die Arkaden. Da ist jetzt Greenpeace. Dann ist so ein Branding. Was ist das denn? Packaging Studio. Und Wundermobility. Das sind jetzt allerdings auch keine Locations, wo es jetzt alle Leute hinzieht. Auf jeden Fall ist das Ding für Radfahrer eine gute Verbindung zwischen der Stadt und dem Teil HafenCity. Aber ansonsten ist da nichts los. So, jetzt nochmal hier das Maritime Museum von der anderen Seite. Mit dem großen Propeller da unten von irgend so einem Schiff. Und natürlich der Paradeblick kennt auch jeder. Tausendmal fotografiert. So, jetzt kommen wir zu einem interessanten Teil der HafenCity. Nämlich einer der letzten großen Neubaugebiete. Übrigens eine Bemerkung zu dem Turm links. Ich habe den in Plänen gesehen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, den haben sie schön gemacht. Also ich finde diese Auflockerung der Strukturen dort, wie man da sieht, finde ich sehr gut gelungen. Sehr gut. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier lang fahren. So, jetzt sieht man hier ganz, das ist so ein bisschen Schiffskunde, beziehungsweise Verkehrsunterricht. Rechts dürfen wir jetzt nicht lang fahren. Das ist strengstens verboten, weil nämlich dahinter ein Gerüst ist. Weil Flut wird der Kopf abrasiert. Und hier links sehen wir dann die zwei weißen Dreiecke. Da müssen wir zwischendurch fahren. Links dürfen wir überhaupt nicht durchfahren. Da ist grundsätzlich gesperrt. Das heißt also, wir müssen jetzt durch diese beiden weißen Dreiecke und dann kann uns nichts passieren. Weiter geht's. Und hier rechts jetzt. Dieses ganze Gebiet mit den vielen, vielen Krämen. Da, das ist jetzt eine riesen Baugrube mit einem riesen Projekt. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das fertiggestellt aussehen wird. Ich glaube, da wird eine Shopping Mall reingebaut, Büros, alles mögliche, Hotels. Und ich hoffe ja, dass das auch gut angenommen wird. Geradeaus, da fragen immer alle Leute, was ist das? Das ist kein Leuchtturm, aber das ist so eine Art Leuchtturm. Das ist ein, wie nennt man denn sowas, eine Studie oder eine Architekturstudie von jemandem, der hatte die Idee gehabt, mal sowas zu bauen und als Leuchtturm wohnen. Du hast dann 360 Grad Ausblick und einen Aufzug, der da hochfährt. Und er hat gesagt, lass mich da bauen, ich reiß das sofort ab, wenn ich da weg muss. Aber das Ding steht da schon eine ganze Zeit. Ich glaube, wohnen tut da aber keiner drin. Man sieht manchmal, dass da Licht dran ist, aber ich glaube, das geht automatisch an und aus. So, jetzt stell dich nochmal auf. Jetzt ist der Blick in den Barkenhafen. Auch ein altes Hafenbecken, wo Schiffe drin gelegen haben. Und das ist, der ganze Hafenteil ist komplett abgerissen worden. Und hier ist jetzt, wo ist denn der? Angler mal eben ausgreifen. Äh, da ist auch einer. Okay. Ähm, genau. Das ist die Barkenhafenbrücke. Und die ist auch relativ neu. Und dahinter ist noch eine. Also hier wurden zwei Brücken gebaut. Natürlich waren die früher nie da, weil sonst hätte da kein Schiff reinfahren dürfen. Und meine Batterie vom iPhone ist schon ein bisschen alle. Deshalb fahren wir da das nächste Mal rein. Und wir machen die Sache noch einmal rund, indem ich nochmal hier rumfahre, damit die Orientierung da ist. Wir sind jetzt quasi im Magdeburger Hafen rausgekommen. Wir sind jetzt auf der Norderelbe. Wenn wir jetzt links fahren würden, würden wir zu den Elbbrücken kommen. Da gucken wir einmal um die Ecke. So, da liegt die Mito-Straight. Und dahinter sind die Elbbrücken. Da ist quasi Schluss mit Schifffahrt Hamburger Hafen. Natürlich, Binnenschiffe können weiterfahren. Und da sieht man auch sehr schön, wie sich die HafenCity weiter Richtung Elbbrücken ausweitet. Hauptsächlich mit Wohneinrichtungen. Und man sieht auch hinten diese U-Bahn-Station von der U4, Elbbrücken. Dahinter S-Bahn-Station. Und mit spektakulärer Halle. Und da geht dann auch später irgendwann mal die U-Bahn weiter über die Elbe und dann in diesen Bereich rein. Hier wäre nämlich früher, wäre Olympia nach Hamburg gekommen, hätte hier Olympia in diesem Bereich stattgefunden. Dann wäre die U-Bahn schon fertig gewesen. Naja, da sieht man also die Bauunternehmungen Richtung Elbbrücken. Und hier soll nochmal eine Brücke gebaut werden. Ich weiß noch nicht wann. Ich weiß auch nicht wann die anfangen da drüben mal Häuser zu bauen. Genau. Das bin ich, Andreas Fallbracht. Und ja, ich wünsche euch alle Gesundheit und dass ihr bald wieder nach Hamburg kommen könnt. Und allen Hamburgern sowieso viel Gesundheit. Und ja, wenn das nett war, unterhaltsam, mache ich das gerne nochmal zu einer anderen Tageszeit. Vielleicht mal abends oder einer Dämmerung oder vielleicht auch mal in der Ecke, die ihr einfach mal vorschlagt. Insofern alles Gute.